Es ist ein Privileg, wenn man in so einer schönen Region in der Südoststeiermark aufwachsen darf. Es ist mir mit jedem Jahr mehr bewusst geworden, wie toll es ist, dass ich gerade hier in der Südoststeiermark gekocht sein darf, weil hier tolle Produzenten sind. Wir haben Lebensmittel, ich glaube, die gibt es nirgendwo in Österreich in der Frische und Qualität. Die wachsen in der freien Natur, wie die Holunderblüten, wie die Bären, Schwammerl. Das kann man hier in der Natur pflücken und zu Hause verkochen. Und da macht natürlich Koch sein riesigen Spaß.